Herzlich Willkommen, Herzlich Willkommen, Herzlich Willkommen, Herzlich Willkommen mit den vier Leuten hier. So richtig Mist auf euch, Alter. Jetzt bin ich auf die Scheuche fertig. Oh Leute, ich bin auf meine zweite Maustasse gedrückt und habe da nicht geschossen dadurch. Ah Leute, das ist Michi. Ah Mann, Michi. Jetzt habe ich wieder mehr FPS. Schade, Elferp hat nicht geklappt. Alle sind so schlecht in dem Spiel. Mann, ich kriege immer wieder Michi in die Aktion. Er kommt in die Ecke, ich töte ihn. Kevin. Er kommt in die Ecke. Er ist doch mal saug drin, Alter. Hallo, wo geht's? Halt, lass doch drinnen, ey. Der 1-O-Blake vor Kevin bei der Max-Ten. Ich kann mit der Max-Ten nicht spielen, ey. Ich bin so am Arsch. Kevin, mit der Max-Ten bin ich auf Entfernung genauso gut wie im Nahen, Alter. Ah! Ach, wie, wie, wie. Ach so, das war nix, da wieder. Ach so, das war nie! Ach so, das war nix. Oh, Kevin. so weiter auf der seite auf der einen seite zwei leute von oben rum oder so ja die mecke ist echt richtig scheiße ja du musst durchballern und runterzielen scheiße ja man kann mir jetzt geduckt scheiße eben hab ich es geschafft man ich sitze scheiße übel finde ich ganz knapp michi ganz knapp ich will dich verarschen scheiße ich hab meinen falschen knopf gedrückt ich hab meinen falschen knopf gedrückt das wird ich einfach nicht einfach nein das ist meine zweite maustaste einmal entweder drei schuss abgeben oder dauerfeuer das ist sehr cool wenn ich das mache keine 250 schusser ne macht es nicht weil es dann nicht dauernsteht bei der seite score weil ich das für minecraft hochgestellt habe ja ich kann auch mit der kack machen bei autoflicker kann ich das gar nicht mehr nutzen einmal kommt dann michi wieder schock in der seite wir haben das eben rausgemacht auch ah man nein er kommt doch von oben auf die waffe die ich behalten nein falsche waffe scheiße ich mein das ist immer zu besser ach Gott Nein! Die war leer! Was gibt's denn? Nein, Nick, was ist eigentlich deine Mission, oder? Keine Ahnung, alles umgeregt, was mit der Gage kommt. Alter! Ja, da! Alter, da kann ich nicht! ACHTAKK! ACHTAKK! Nein! Das ist so frustrierend! Alter, Shotgun! Dieser Shotgun! Die geht mir schon wieder hoch und geil! Nein, Nick! Nick ist einfach so berechenbar gewesen mir! Oh man, ich muss... Gibt's das? Oh, mich! Ich geh mir nicht auf den Sack damit! ACHTAKK! Man! Klapp, dann ist die Kacke auf der Map! Ja okay, mit elf Leben war's jetzt auch nicht so geil! Ja... Ja... Oh, dahinten, der gekämpter! Da spawnt er einfach hinten neben mir! Ja, ich spawne einen Töten, Nick, ne? Ja... Fuck! Kevin stellt sich hin und tötet mich und ich seh ihn einfach nur tot dastehen! Nice Shot! Hehehe! Der hört sich doch so! Oh! Wann, wir haben ihn doch mal gebraucht? Es ist so gut, wie du ihn mit ihm schnappern! Es ist so gut! Oh mein Gott! O mein Gott! Es ist so gut! Oh mein Gott! 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 Endlich, ne Waffe, die ich gut finde USPS, ey Digga, es... Nein! USPS ist doch geil! Da kommt er! Nein, Michi, geh weg! Ey! Kevin hält auch aus wie nix! Ich hab 11 Leben gemacht! Jetzt nicht mehr! ZACK! Ich noch mal, ey Sind alle hier drüben Oh Gott! Wann, Nick? Was ist denn? Ich weiß es Oh, Null! Von... Auf der einen Seite Kevin, ne? Der Beschäftigte ist schon alle Stimmt Auf der anderen Seite Nick Ah, ZACK! Komm mit! Nein, ich hatte... Fünf Leben, Michi hab ich eigentlich... Geil! Da kam er mit da! Kommt ihr! Und der AUG! Und jetzt ist Schottgren dran! Und der AUG! Schottgren ist scheiße auf der Map, oder? Ja! Geht aber! Die warten einfach, bis wir kommen, ne? Ja klar! Das ist mir doch sowas von der Rille, da komm ich halt! Nein! Nein! Michi, du Ficker! Nein! Komm! Ja, war so klar! Oh, lol! Das ist Michi! Ah! Du bist mit USP nicht stehen! Du weißt das, Michi! Lass mich! Warum dauert das Dachladen zu lange? Wie hast du mir den Headshot gegeben? Ganz einfach! Danke! Nein! Nein! Wir müssen auf Nic aufpassen! Oh! Ich war Lisa! Kevin! Ja, nee! Jetzt ist er am Mist vor mir! Hinter dir! Hinter dir! Geh weg! Oh! Wenn er mich nicht getötet hätte, ich hätte Kevin gekriegt! ich habe mich gekriegt oder nicht weiß ich nicht weiß ich weiß jetzt mal eine andere map ok und alle wieder einladen so jetzt gehen wir wieder workshop so sind wir in der map raus aber irgendwas simples oder einfach die ganze zeit auch mal die eine die wo ja auch die die gespielt haben und so nur ohne diegel ja und der mich hat jetzt ein diegel trauma nachdem ich ihn durchgehend damit wenn der mit einem griff zu tun hat ich habe andere karte sieht zwar genauso aus aber ist eine andere ich habe genau 99 kills in wettkampf spielen aber ich kann nichts dafür wenn die hälfte meiner sachen die ich gespielt habe zurückgesetzt doch das wurde auch zurückgesetzt bei mir wurde alles zurückgesetzt was mit dir zu tun hatte warum habe ich dann trotzdem ich hatte ich hatte xp habe ich verloren als du gestorben bist ich habe alles ich habe sogar skins verloren die ich bekommen das ist das so was verliert man nicht aber egal ich hatte keine 40 kisten sondern nur noch 13 ok ist ganz sofort gehen aber nicht skins ja kisten sind eh egal davon gibt es eh genug das ganze wir sehen sind ein matt kaufen äh soll ich mir das nicht äh ja ok alter was ist das denn ich habe keine ahnung alter mich ist ja richtig behindert die dem mal die map rein alle hi kevin einig alter ump für den anfang auch mal halt ganz kurz das ne wissen schon ok kann weitergehen wir waren eh schon los alter was ist das denn für eine map ich bin jetzt groß lol wo bin ich diga ich wollte mich übel verwirren ich verwirr mich jetzt schon aber hier ist man nicht so einfach irgendwo vercampen und hofft man da vorbei hier darf nie einer vorbei jaja man weiß nicht mal wo er wo man hingen können da 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 kommt mir hier in die ecke und bringt mich auf irgends und oben das ist komplett unnötig ich kann doch nicht hier sind leider alles gut hat der keller muss ich schon wieder da kämpft da ein vorderster gesicht ich hab dich runter springen Nein, 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 ja, die Map ist halt so groß, weil man nicht hinterherkommt, weil die Map verwirrt, ja, das ist ja voll unfair, ich renne Flo hinterher, mich schieb an der Seite einfach an, der 35er Peker, das ist so unfair gewesen. Hallo Michi, komm mal mit, ich hab die perfekte, ah da oben, da oben, da oben. Weiß wohl. Uiii. Nein. Von der Florian war das so gar null. Ja, das war ich. Oh nein, du bist. Kack, kack, kack. Da vorne, da vorne. Ja, gut. 11 leben halt. Ui. Ja, fick den, ich muss nachlaufen. Alter, die Map ist halt mal richtig geil. Mann, ich hab halt auch nur noch 40 FPS. Wär schöner denn mehr, aber... Ich hab hier 150. Oh, Leute, ich hab da jemanden gesehen. Ach, wo? F*** denn, ich wollt mich haben! Da oben, da oben, da oben, da oben. Hierbei nur 38 Leben. Nein, 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 nein. Mich ist von hinten. Weg. Nein, geh weg. Hab dir nichts getan. Ah! Scheiße. Nein, Michi kommt um die Ecke, ey. Die Summe. Der Spawn von meiner Fresse, einfach der Sack. Ja, weil da unser Spawnpunkt ist. Ui! Dick, hör auf zu steppen, bitte. Ich weiß sowieso schon, was ich gesagt habe. Naja, komm. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Ja, klar, wer weiß, was bin ich ja hinter euch. Oh, shit, Alter. Ich bin Gummi und Mörser, gell? Im Ganzkörper-Kondom. Als Mörser. Ja, ah! Ah, jetzt ist jetzt der Duck. Da oben, da oben. Michi. Michi, wo bist du hin? Ah, dann lass mich noch mal ins Haus. Er ist in das Haus reingelassen. Er ist unter dir, Nick. Ja, jetzt aimt er, bis er wie ein Headshot gibt. Nick, einer kommt zu dir. Komm, wo? Schlippig! Scheiße, ich hätte mal nachladen müssen. Ich bin da mit zwei Schuss, wenn man ganz dran geht. Wo ist eigentlich Kevin hin? Er campst dich auch irgendwo. Er campst dich auch irgendwo, dann super. Ich weiß, wo du bist Kevin! Was? Wo? Wo? Jetzt bist er warsch. Krieg ich's mit mir. Warum denkst du, ich spreche dich nicht? Weil ein Nick da ist. Da hockt er einfach in den wilden Fenster. Es ist so trocken. Ja, ich hatte 13 Lebens. Ach, nice. Aufgeräumt! Er hat 13 HP. Ey, ich könnte eine Leiter hochzuladen gerade. Ah, das geht nicht, weil du... Okay, schon verkackt. Ja, ey, diese FPS. Ja, ja, Michael, jetzt komm hier aus, hey. Ich hab eigentlich keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich hab auch Schuss 30. Ja! Ich hab groß, Alter. Ich hab groß, Alter. Ich hab die ganze Zeit, dass er mich wirft, ne? Ja! Ich hab groß, Alter. Fuck, ich bin wieder runtergefallen. Ich färg beide da unten. What? Nein! Ich hab in die Wand reingeschossen, statt auf den Kiel. Lol. Florian? Nein. Bei uns ist irgendein random Typ mit reingejoint. Ich geht's. Nice. Leute, ihr habt verkackt. Werft ihn raus. Nick. Wie mach ich das? Hey! Nein! Wie schreibt man? Hallo? Ja, hallo. Wie schreibt man denn? Ka. Kommt doch an, wie du's berichtet. Oh, lol, da oben! Nein! Nein! Wer ist das, Alter? Bessere Frage. Bessere Frage. Bro. Ich sag' den Nick, das war hoch woanders, Alter. Ich dachte, den Nick ist vorher woanders, Alter. Ich war ich auch. Ich bin grad wieder rausgegangen und dann hast du... Mann, da erkund' ich einmal die Meppe und werd instant gekickt. Ey, ich mach das die ganze Zeit, Kevin. es ist halt so unfair naja so ich habe ja den ich kenne er hat das mit spielte ich glaube anwenden wir bekommen von flow hat schon verpasst das geilste ist es war ja noch nicht mal mit ab ich habe auf kevin gezielt du schau mal durch dass du echt gelaufen bist kann man eigentlich den fallschaden sterben ja das ist einer von mir guck mal wer auf meinen schaden ja geil kannst du dir mal bitte kicken kann ich nicht wenn ich die befehle kicken an den namen passiert nichts angewandt worden ja kevin nein das kommt alle ja kommen wir machen ja und weg ist das bitter ich haste diese habe ich habe ich ein glück waren es 13 ja bestimmt da Nein! Läuft einfach mal wo! Michi, wo bist du hin? Da war immer hinten ein Messer, der sagt, Geschenk wäre mir runtergeschmissen. Freunde, das war so witzig, ich hab dich auch noch gehört, die Steps leicht. Weil, ich hab's extra gemacht, weißt du. Dann hab ich gesagt, lauf ich jetzt weg, oder drehe ich mich um und schieß einfach. Ich kenne mich immer noch da oben, Alter. Ja. Nein, Florian. Alter, ich will die vorhergehende Waffe behalten. Alter, die sind jetzt geil. Ja, ich kann's gerne messern. Hahaha. Arschloch. Michi, nein. Florian. Nein. Was denn? Weg, ich hab dich gehört. Okay, wo hast mich hier gehört? Ich schieß Michi mit der Schottkern an. Nein, nicht, Manu. So ein weiter Weg da hinten. Ja, ich hab dich grad hier an der Seite vorbei rennen hören. Ja, es war ein übel zweiter Weg bis dahin. Oh ja. Ah, Mann. Stürm doch. Ne. Ich hab noch immer die Hälfte in meinem Leben. Alter. Wie viel Leben hast du noch? 66. Ich versteh's nicht, Michi. Geh weg einfach mit deiner scheiß Nova. Diegel. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Nein, aber Michi. Das teiste Autosniper jetzt. Alter, die Map will ich normal spielen. Warte mal, mit der war's Bock. Okay. Loil, ich hab schon 50. Also, Diegel ist richtig leise. Ey, ich hab zweimal verendet. Mann, ich hab kein Bomb mehr. So. Ich spiel die Map in die Wiese. Mann, die Map ist geil. Nee, ich komm einfach in der Scheiß. Ich konnte gar nicht ran. Alles botnet mich einfach. Nein. Soll ich dir was sagen? Genau sein Problem hab ich auch. Richtig. Tu die Stange weg, dann können wir weiter weg. Die Stange weg. Jesus, trocken. Na. Oh, dieser Piss. Ich hab's da hinten im Fenster gesehen, Alter. Pfff. Echt jetzt? Ja. Du guckst erst mal so 10 Minuten raus und dann rennst weiter. Loil. Fick dich, Kevin! Ich hab sogar ein Herz noch gegeben. Komm her, Kevin, Alter. Wie sagst du. Dann fliegt er durch die Harte. Nein, Michi, geh weg. Ich mein, auf jeden Fall mach dir so wenig Schaden. Kack USP. Äh, mach ein kack Schaden. Von hinten Michi. Michi, 100% von hinten. Nee, da vorne. Oh, Gott. Doch nicht von hinten. Von vorne. Kevin! Nein, ich hätt ihn noch fast bekommen. Michi, komm dazu. Nein, ich wollte doch nur Florian. Nein. Das würde ich nie tun. Wer? Warum auch? Ich glaub dir erstmal. Echt? Florian! Bleib weg! Hey, was denn? Ah, ne. Das ist die Weide, Alter. Michi hat einfach nur noch neun Leben. Fick dich. Nic? Lass dir Michi in Ruhe. Bieter. 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 Da auf der Map ist das Messern richtig heftig. Nein! Nein! Ich hab doch gesagt, du kannst da. Nee, ich bin da nicht ran, ich schlag ja da. Ja. Und es ist genauso wie Michi, die mich versucht zu messern, wenn ich einfach das check und einfach weglaufe. Hihi! Schnell weg! Richtig. Nein! Nein! Fuck! Oh fuck Michi, ich hab's besser noch neun gehabt. Fuck, das war etwas hoch. Da hinten, da hinten, pass auf. Ja! Endlich! Kevin ist so low, Alter. Endlich! Den missbrauchen wir für'n Schluss. Den missbrauchen wir für'n Schluss, Alter. Oben! Hinter dir! Nein! Das hat alles nicht getan, Alter. Ich spring über die Rundenzahl. Von oben, hinter dir! Baf! Wir räumen, das war ein 4-6-Diener. Ich bin einfach... Ich hab ne ganze Drehung gemacht. Boah, ich muss mal sagen, das war's für die Veränder. Bis zum nächsten Mal. Tschau!